So Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und zwar immer noch FNCS Woche 2 und zwar die Runde 3 davon. Ihr kennt das Ganze, in Runde 3 sind 500 Teams dabei und es ist das Ziel unter die Top 50 zu kommen, damit man im Finale ist. Und ansonsten zählt auch jeder einzelne Punkt für die Serious Points, weil darüber kann man sich auch für die Heats qualifizieren. Unser Placement sieht man natürlich auch wieder am Ende des Videos und ich würde sagen, falls ihr noch neu seid, lasst doch gerne ein Abo da. Und danke an jeden Einzelnen, der meinen Creator Code benutzt. Also kurz geht raus, Code Robnik im Shop und wir fangen direkt an mit dem Video. Also viel Spaß. Komm zu mir, wenn du kannst. Ich muss höher. Ich habe echt gekartet. Die haben die Wall hinter uns, ich halte. Komm durch einfach. Stay full front. Oh mein Gott, hinter mir, Bro. Kommen die? Ne, ich glaube nicht. Doch. Doch, die kommen. Hold ich, Raker. Ich bin 1HP, hast du was an Healing, Healing, Healing. Nur Minis. Ich bin tot, die wollen immer noch rein, die wollen immer noch rein. Ich bin tot, ich bin safe tot. Andere so. Wir müssen gleich gehen. Hast du einen Weg, wo wir reinfahren können? Einmal in den Hill hoch. Einfach geradeaus, straight, oder? Ich baue hier den Floor. Ich bin 1-Strap, correct? Fieber, Fieber, Fieber. Ich fiel in dem Auto. Ich hab Shield cook dann, ok? Und wir auf dem falschen Platz. Wir sind in den Zone. 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 Einfach nur, oh mein Gott, ich bin 1HP, Bro. Hier flopper, hier flopper, hier flopper. Ich hab Overbuildet. Die haben die Wall, die pre-addicted. Die haben aber einen Tag auf dem Dach, da musst du aufpassen. Ich hab's nicht. Ich wurde vom Spiel verarscht. Ich mach Slapdruck, lass Slapdruck zusammen poppen. Ich hab Broder, muss hochkommen. Tracked. 100 dead. Nice. Ich geh rein von hinten, okay? 100. Ich hab die Wall nicht bekommen. Ich bin 1, ich bin 1. Komm schnell. Ich bin mit. Soll ich Mad gepoppen? Dead. Let's go. Hier auf der Ram. Warte mal, komm mal her. 100. Okay, egal. Ich schaff's nicht hoch, ist weg komplett. Oh, wär das cool gewesen. Halt's Maul. Warte, hier pennen welche. Hier. Jus. Ich hab 400 hearts, 400 hearts. Gein, du isst auf 2, die Contestern gerade halt. Oh Gott, ich land hier vorne einfach. Und beide? Ich tank, ich tank saum ganz kurz. Ich splash. Ich splash. Lass unten aufmachen, unten, unten. Dein Boden, dein Boden, dein Boden. Ich mach auf. Hinter, 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 hinter. Hier hat Prioredits. Bin dead. Nimm mal den Mads. Nimm die, nimm die, nimm die. Da liegen alle Mads noch, ne? Hier ist Splasher und Madness. Digga, ihr seid doch wirklich Knechte, Digga. Das ist so traurig. Wirklich, jeder hat Prioredits die ganze Zeit. Im Haus drin oder noch? Ja, beide. Ich bin Prioredits. Ich bin added, ich bin dead. Ich bin 1-App. Wir haben hier die Wall gleich wieder. Wir sind komplett. Ich hab jetzt keine Habermals, wir sind nur noch Holz. Hast du, hast du noch Habermals für vorne? Hinter uns. Wir hab gleich gar keine Mets mehr. Die werden auch nicht aufhören zu sparen, weil wir im Holz sind. Ich bin tot. Tschüss. Jetzt einfach so links, links. Ja, genau. Wir können Auto grad noch keepen, ne? Das ist ein Solo vor uns. Lass mal aussteigen und den Solo replacen vielleicht. Ja, ich renn rein. Ich renn rein. Ich hab's, ich hab's. Ich hab's nicht. Ich hab's. Kann man für die Messe wieder raus. Und raus und raus und raus und raus. Wir müssen laufen links. Ja, ja. Nice, nice, nice. Noch ein Zoo. Ich tank ganz mit Sorn einfach. Ich muss zudem rüber. Bis dann. Ich werd so gesprayt, ich werd so dolly gesprayt. Ich bin safe. Ich bin so fein. Warte mir. Ich bin doll. Mann, was ist das denn? So ein Scheiß timing wieder. Ich muss auf jeden Fall hochbauen. Es geht noch ein Berg bis hin hoch. Mehr spay? Du bist der letzten Flapper, dann nimmst du es mit. Jetzt spay dich nice. Top 8. Das ist noch Matt. Okay, gut. Jetzt nur noch Holz. Keine Metz mehr. Ich bin so ein 20-Jährig. Ich bin so ein 20-Jährig. Ich bin so ein 20-Jährig. Wir drehen ab. Tötet ja die mittlere Insel. Der ist nicht los. Wir müssen ihn eigentlich tun. Kommen wir. Habe keine Metzt. Wie ist es zu zweit Leute? Ja gut dann ist schade. Komm ein. Komm ein. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ben. Ich weiß, ob ich feilte die. Das ist Thai West. Das war ein anderes Team, der in der Insel geflogen ist. Können wir denn nicht überrennen bei der Metal Station? Ich glaube, die sind... Ich kann jetzt auch nicht mehr einsteigen, das ist kaputt. Warte, ich kann Ralf aufschmeißen, dann gehts vielleicht wieder. Das geht safe. Yo, fahr weg. Ja, die gehen nach die Box. Hauptsache, dass seine Mates am Box fallen und er guckt lieber auf mich. Ey, die Runde mach ich grad irgendwie aggressiv. Das ist so embarrassing. Die werden uns so umpushen, ne? Ja, ja, da schießt schon auf mich. Krieg ich dich noch aufs Auto gelegt oder soll ich wegfahren? Nee, 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 fahr weg. Die sind schon da, die sind schon da. Wie viele Games haben wir noch? Drei? Schade. Komm hier rein. Stay hier, stay hier. Drei, zwei, eins. Er sieht uns, er sieht uns. Und not. Dead. Ich halte, ich halte, ich hab die Wand. Ich hab edit. Tracked. Fokus auf Body, ich hab Body, ich hab Body. Ich hab Body. Das mit dem ganzen Pattern läuft. Flasher, komm mal her. Über uns. Ich hab ein Count. Oh, not dead. Nice, ich hol dich heute. Oh, und nein. Ich geh einfach grad Solo hoch, okay? Ja, mach das. Ich glaub, es ist zu mir zu kommen. Bin Gott dabei. Ich steh hier dann kurz einmal und splash uns. Du wirst es gut. Sonst wären wir ein Pelsus. Bis dann aber so weit weg. Ja, lass gehen, komm. Damit. Ich hol die Mats. Hast du Splash? Ich hab Full Splash. Komm her. Okay, passt. Jetzt hat go. Ich geh ganz links, ganz links. Okay, ganz links. Ich geh hier links dahinter, dahinter. Ja, da ist perfekt. Bin on der. Wir sind so. Ich war noch ein rein. Jetzt sind wir komplett in den Sohn. Auf mich splash. Nice. Unter uns da bleibt ich vielleicht. Hier rechts. Hier rechts. Da einfach springen. Ich hab dafür das ist wie dasselbe. Nein, nein, nein. Ich mach jetzt nicht auch. Chill, chill, chill. Ja, chill. Wir haben Mats. Ich hab immer noch Cap Mats. Let's pull back. Back für uns. Back für uns. Dahinter. Wo? Dahinter der Wall eigentlich. Rechts. Ja, komm mal. Mach High Walls. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich lande Front hier vorne, hier oben. Linke Seite, linke Seite, wenn du kommen kannst. Bin direkt auf dir einfach. Vor allem den Baum. Hast du noch einen Sprenkler? Nee, hast du Splasher? Ja, hab ich. Ja, komm mal. Wirf den, wirf den. Wreck. Okay. Pull point. Ich muss ein Layer abgeben. Alles gut. Ich bin 1 XP, also wirklich 1er Pill. Ich bin 1er Pill. Ich hab alles zugebracht. Ich hab alles zugebracht. Hast du ein Biggie für mich? Nee, ich hab nur Minis. Nee nicht. Ich hab auch nur noch weiß 200. Okay, ich hab auch nur Mini. Ja. Der ist runtergegangen. Okay, lass die Zone. Komm mit. Ich renne hier rüber. Ich bin wanted. Der wird uns in der Erfahrung, glaub ich. Unter mir. Ich replace. Nee, die haben, die haben. Ich muss noch hier. Ich muss noch hier. Ich gehe durchs Brick. Ich bin bei dir. Hier ist ein Typ hinter mir. Der kommt aber nicht. Er kommt nicht. Das ist gut. Doch, ich glaub der kommt. Unter mir. Lass abelettet. Mach. Machst du da. Es ist nicht unser Floor. Nee, nee, nee. Das ist zu uns. Wompom. Wompom. Komm her. Ich bin mit dir. Über uns, über uns, über uns. Pad. Der padden will. Der fliegen will. Der fliegt auf uns rauf. Der fliegt hier. Der klaut das Auto. Cracked. Er wollte nur den Slapdack klauen. Hey, können wir das mal öfter, Leute machen? Übeln Leute. Ich geh auf den auf das Pad da hinten, ne? Ja. Komm her. Ich werde. Mach das. Beide ist viel zu weit oben. Lass hier oben landen. Da landet auch jemand. Da landet. In dir. In dir. In dir. Ich bin raus. Ich bin raus. In mir noch. Ja, was. Ich hab den knocked. Den ein. Der ist knocked. Der ist nicht runter pickigst. Ja, du packst dein Netz. Ja, der ist dead. Die Dreckfarm. Wir haben halt. In den ersten 1,5 Stunden einfach keine Punkte gemacht. Okay, jetzt sind wir drin bei mir. Also auf jeden Fall ganz doll nicht Qualled. Serious Points nehmen wir 25 mit. Das heißt, das ist absolut gar nichts. Das heißt, wir brauchen nächste Woche Finals, wenn wir Heats kommen wollen. Ziemlich sicher. Ja, man sieht's halt. Am Anfang. Wir haben. Die ersten vier Games. Weiß ich nicht. 13 Punkte wieder so gemacht. Nach vier Games. Dann 8er. Aus von Dead. Aus von Dead. 8er, 12er. Das Ende ging halt klar an sich. Wäre auch mehr drin gewesen. Aber keine Ahnung.